Oder ich persönlich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Und es wird wieder schwieriger. England hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, aber... Ohne Spaß, ich bin gerade so um überlegen. Pandas United, nee, das macht keinen Sinn. Aber wer soll es denn sonst sein? Ja, scheiß drauf. Man United. Aston Villa. Mann, es sind sogar die Farben gleich, Mann.